Der Fußentlastungsrollator NH1 der Firma OrthoScoot. Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein modernes Freizeitsportgerät. Doch er ist das perfekte Hilfsmittel für Menschen, die nach Verletzungen oder Operationen in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und ihren Fuß nicht belasten dürfen. Im Wesentlichen für alle Verletzungen, die an Fuß oder Sprunggelenk sind, zum Beispiel eine komplexe Fraktur des Sprunggelenkes, die operiert werden musste und die lange Zeit ruhig gestellt werden muss, oder ein Patient mit einer Versteifung des Sprunggelenkes, der lange Zeit braucht, bis er wieder drauf treten darf. Für diese Patienten ist einfach ein Mobilitätsgewinn da. Dermatologische Indikationen für einen Fußentlastungsrollator sind zum Beispiel Patienten mit Erysepel. Das heißt, Wundrose, die normalerweise Bettruhe einhalten, sollen Fieber haben und nicht aufstehen, entweder zu Hause oder vorzeitig aus dem Krankenhaus entlasten werden, die können den Fußentlastungsrollator hervorragend verwenden. Die Berufsgenossenschaft und die privaten Krankenkassen erstatten die Kosten für den NH1, der je nach Bedarf gemietet oder gekauft werden kann. Gesetzlich Versicherte bedienen sich hier der Einzelanfrage an die Krankenkasse. Die Auslieferung erfolgt über das Sanitätshaus vor Ort. Somit ist auch die fachliche Beratung garantiert. Der NH1 ist kinderleicht zu bedienen und lässt sich platzsparend zusammenklappen. In seinem integrierten Fach können bis zu vier Kilo Gewicht transportiert werden. Das Design kaschiert den medizinischen Charakter und kommt weltweit gut an. Wir wollten ein Hilfsmittel auf den Markt bringen, ein Breitenhilfsmittel, was dem Jahr 2015 entspricht, nämlich auch ein bisschen einen Designanspruch mit aufnimmt. Und ja, dass man eben nicht als Randgruppe in der Bevölkerung gilt, sondern vielleicht sogar so ein bisschen trischig. Mit dieser Idee war die Firma OrthoScoot sogar schon für den Bayerischen Gründerpreis 2015 nominiert. Die OrthoScoot Zentrale befindet sich in Neuses-Vogelsang bei Augsburg. Von hier aus gehen bald hunderte Fußentlastungsrollatoren weltweit auf Reisen. Die Wartung und Instandhaltung der Leihgeräte erfolgt ebenfalls hier, denn die Patientensicherheit ist oberstes Gebot. Der OrthoScoot NH1 weist derzeit alle Zertifizierungsmaßnahmen der Branche auf. Er ist auch TÜV-zertifiziert und wir bereiten das Produkt hier im Hause auf mit Reinigung, mit Desinfizierung und den entsprechenden Servicemaßnahmen, sodass jeder Patient in den Genuss kommt, ein hochwertiges und neuwertiges Medizinprodukt zu bekommen. Der Fußentlastungsrollator NH1 von OrthoScoot. Die perfekte Alternative zu Krücken oder zum Rollstuhl. Bundesweit ist er schon in verschiedenen Praxen und Kliniken und in vielen Privathaushalten im Einsatz.